Patrick Weyrauch, nach dem 2-2 in Heidenheim eine moralisch richtig gute Leistung. Jetzt Nürnberg, der Tabellenzweiter. Ja, was erhoffen Sie sich vom Spiel? Ja, erstmal zu Heidenheim. Es war sehr, sehr wichtig, dass wir da noch einen Punkt geholt haben. War eine super Moral von uns. Ja, jetzt Nürnberg-Spiel, wir freuen uns extrem drauf. Ja, es wird ein Abendspiel. Ich denke, viele Fans werden kommen. Ein Heimspiel, ein Flutlichtspiel. Ich traue uns einiges zu. Wir sind gut drauf, wir arbeiten gut gegen den Ball und wir brauchen uns nicht verstecken von Nürnberg. Es sind noch ein paar Punkte bis zur magischen 40. Sie haben letztes Jahr in Würzburg was ganz anderes erlebt, nämlich eine desaströse Rückrunde. Wie entspannt ist das für so einen Spieler auch vom Kopf her, wenn man doch relativ locker in so eine Spiele gehen kann? Ja, im Vergleich zum letzten Jahr in Würzburg ist es schon was komplett anderes. Man hat extrem Druck gehabt letztes Jahr. Ich denke, wir haben gut gepunktet jetzt in der Hinrunde und auch die die ersten Spiele jetzt hier in der Rückrunde. Klar ist es ein bisschen entspannter wie letztes Jahr, aber trotzdem die Liga ist so eng, wenn man sich die Tabelle anschaut. Wir müssen einfach schauen, dass wir so früh wie möglich dann auch die 40 Punkte voll machen und einfach punkten. Sie sind jetzt ein Dreivierteljahr hier bei der Arminia. Wie fällt Ihr persönliches Fazit bislang aus? Ja, ich habe mich gut eingelebt. Ich bin ja relativ schnell dann auch mit allen gut zurecht gekommen, habe mir auch schnell einen guten Platz im Team erkämpft und ich bin schon zufrieden mit den Spielzeiten, wo ich dann jetzt auch hier bekommen habe. Eine Sache müssen wir noch klären. Ihr Spitzname ist Olchi. Wie kommt man zu so einem Spitznamen? Ja, ich denke, ich weiß, dass es kommt von ganz früher. In der Schule hat sich mal einer sich gedacht, komm, wir geben ihm mal den Spitznamen, weil ich in Olchi gewohnt habe und beim SC Olchi gespielt habe. Bis heute und hat sogar bis nach Bielefeld gereicht, der Spitzname. Ich höre auf jeden Fall drauf, aber ich höre auch noch auf meinen richtigen Namen. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön.